Ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, der als Trainer gekommen ist, so hat er es uns erzählt, aber als er gefragt wurde, konnte er nicht Nein sagen und ich glaube, wir verstehen alle warum. Großtalent, toll, was sie bisher gezeigt hat. 60'5, ihr Gewicht, Ikram Kerwatz. Top vorbereitet. Ihre Gegnerin aus Ungarn, wie gesagt, noch.